Einmal Ruhe! Wir haben einen neuen Mitschüler. Andrey Chichachow. Chichachow. Willst du was über dich erzählen? Zum Beispiel, wo du herkommst? Das verstanden in unserer Klasse. Nein, erzählen Sie. Wie bitte? Beginnen Sie. Andrey kommt aus Russland. Er ist vor vier Jahren nach Deutschland gezogen und er spricht Deutsch. Aber seine Muttersprache ist Russisch. Bitte setz dich dort hinten hin, Andrey. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.